Sonst brauche ich gar nicht das nächste Level betreten. Erstmal machen wir dich. Uns fehlt nur noch eine einzige Kugel da unten links, ne? Also links und dann unten rechts, so. Das heißt, wir bräuchten noch zwei Upgrades in Sachen Lebensenergie. Und wir haben noch zwei Höhlen, das könnte knapp werden. Dann habe ich wohl irgendwo mal was vergessen, tatsächlich. Kann das eigentlich sein? Habe ich irgendwo mal nicht alle Gegner erledigt? Wahrscheinlich, ne? Und was ich gerade noch gesehen habe, wir brauchen uns gar nicht mehr bemühen... Warte, du wirst mit, ich kümmere mich alle weg. Wir brauchen uns gar nicht mehr bemühen, diese ganzen roten... Diese roten Rubile da überall einzusammeln. Ich spreche jetzt nicht von den Juwelen. Die sowieso nicht, die sind eigentlich unwichtig. Aber ich meinte, die... Ähm... Na. Diese Rubile, die wir kriegen, wenn wir einen Gegner töten. Diese kleinen Edelsteine da. Die brauchen wir eigentlich gar nicht einsammeln, weil wir haben da oben neun Herzen und 99 Punkte. Das heißt, das ist das Vollste, was wir bekommen können. Also bringt das eigentlich gar nichts, wenn wir da noch weiter sammeln, aber... Ich kriege die ja eigentlich automatisch mit, wenn ich einen töte. Das ist ja hier zum Beispiel so ein Vogel. Da muss ich ja sowieso drüber laufen und dann... Aber es bringt nichts mehr. Ihr seht es da, es zählt nicht mehr zu unseren bisherig erworbenen Rubinen dazu. Wir sind voll. Das wird erst angebrochen praktisch, wenn ich dann tot bin. Das möchte ich aber ganz gern vermeiden. Versteht ihr, ne? Da können wir runter. Müssen wir anscheinend auch, weil hier ist nichts mehr. Dann mach dich flüssig. Das wird also wieder ein reiner Dungeon sein für Shadow, weil... Sonst kommen wir ja nirgends mit Frieden und mit Will, wenn wir da oben schon Wasser machen müssen. Oh, sehr gut, dass ich das gemacht habe. Nur einer? Da könnten wir uns auch flüssig machen. Ja, dann gucken, was hier so ist. Können wir aber nicht so, wo wir jetzt hier den Gegner verstecken. Ja, da müssen wir uns wohl flüssig machen. Und tschüss. Übrigens zur Musik hier in der Pyramide, joa, ist schlicht gehalten, aber eigentlich ganz schön. Ja, dann müssen wir jetzt wieder zurück, toll. Ja, dann müssen wir jetzt wieder zurück, toll. Hm. Hm, hab ich nirgends verpasst? Wir konnten da ja nicht viel machen, oder? Ich muss da nochmal reingehen. Ich hab da jetzt nichts erkannt, was wir vielleicht mit Frieden hätten lösen müssen, oder? War da was? Mal gucken, mal reingucken. Irgendwie... Irgendwie... Wollen wir mal ganz in Ruhe gucken. Da unten sind Gegner. Wir haben da schon mal vorbeigelatscht, im Prinzip. Ja, hier können wir einfach nur runtergehen. Und da müssen wir uns flüssig machen. Ist denn hier was, was wir mit Frieden machen können? Ah, tatsächlich! Tatsächlich. Ja, dann, okay. Aua, ich geh ja schon. Ich hol ja schon mal einen Kumpel. I've been looking for freedom. Joa. Da ist er. Ich wollte gerade nach rechts rennen. Äh, da links. Ich bin ja nach rechts gerannt. Und wenn wir schon hier sind, komm, Gaia, hier, gib mir noch ein bisschen Energy. Danke sehr. So, und tschüss. Gut. Und da. Miau. Wie viele Gegner haben wir denn hier noch? Zehn. Und keine Schätze. Dann scheint das hier auch kein großer Dungeon zu sein. Obwohl, ja gut, Dungeon ist ja der ganze, ne? Das ist der ganze Komplex. Die ganze Pyramide. Das hier ist ein Abschnitt, ein Level. So. Wenn ich euch beide vernichte, erscheint hier eine Brücke oder wie? Oder auch nicht. Was hab ich jetzt eigentlich erwartet? Vielleicht kommt doch gleich da weiter. Äh, Leute. Hä? Was soll das? Kann ich mich verflüssigen? Ja, geil. Ähm. Ja, und jetzt? Toll. Och nö, jetzt muss ich doch wieder Shadow... Das gibt's doch nicht. Oh Mann, oh. Das ist aber doof. Ohne Witz jetzt. Ach, was für ein Hackmack. Äh, nee. Da lang. Ist grad ein bisschen tricky. Aber mit Shadow kamen wir doch da nicht weiter, oder? Habe ich da was übersehen? Shadow, komm her. Ich zuhört hören. So. Wollen wir mal gucken. Irgendwas muss da ja sein. Irgendwas habe ich da übersehen. So. Ohne. Und hier rein. Ja, versuchen wir's nochmal. Irgendwas muss da ja sein, was ich noch nicht gesehen habe. Wie konnten wir uns einmal da... verflüssigen? Ach, hier können... Ach, hier kommt... Nee, das ist ja Quatsch. Das ist ja der Weg. Dann müssen wir ja lang. Und dann war rechts noch so eine Stelle, wo wir das machen konnten. Mehr war doch hier nicht, oder? Das heißt... Oh, hier ist noch eine Stelle. Da ist noch eine Stelle. Was ist das denn? Wie kann man weitergehen? Hä? Was habe ich denn vorhin gemacht? Bin ich blöd? War dieser Weg vorher schon da? Oder hat Freedom den erschaffen? Da ist die andere Seite. Das verstehe ich jetzt nicht. Da können wir auch runter, wenn wir wollen. Da können wir jetzt runter. Und wir können hier noch einen tiefer. Da bin ich letztens runtergegangen. Das war aber scheiße. Den warte ich nochmal eben ab. Ich versuch's mit dem hier. Gucken, wo der uns hinbringt. Das ist... Das finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Aber okay, dann habe ich da irgendwas nicht gerafft vorhin wahrscheinlich. Kann bei mir schon öfter vorkommen, ja. So, der tropft uns jetzt nichts. Ne, geht doch noch weiter. Aha. Oh, da haben wir schon die nächste Energie. Wenn wir davon noch eine bekommen in diesem Spiel. Nee, gar nicht wahr. Reicht nicht ganz. Zwei bräuchten wir noch. Damit wir die komplett voll haben. Uuuh. Da können wir uns wieder runter wagen. Wieder so viele Möglichkeiten. 13 Gegner und wieder keine Schätze. Oh, Mumien. Vogel. Wieder können wir hier runter. Das kann ich mir gar nicht alles merken, ey. Das riecht man schon irgendwie fast, ne? Einer allein ist doch schon seltsam. So, meine. Da oben ist... Du bist da oben, okay. Muss ich auch noch irgendwie hinkommen? Vogel. Ich sammle die trotzdem irgendwie immer noch ein. Das ist so macht der Gewohnheit. Ich sag nicht, hier ist schon... Tatsache. Wow, die fünfte. Aber ich will die Upgrades noch haben. Das Upgrade will ich noch. Auch wenn's nur Abwehr ist oder sonst irgendwas. Auch so ein Stärke-Upgrade wäre ja super. Das braucht man ja. Es gibt noch fünf Gegner hier. So. Die werde ich jetzt noch finden. Den da oben zum Beispiel, da gibt's bestimmt einen Weg, wenn man sich hier irgendwo runterlässt. Dann hat man den. Den hier zum Beispiel. Dann müsste man da eigentlich reinkommen. Von der Logik her betrachtet... Ja. Kommen wir jetzt in diesen Gang. So, dann habe ich dich schon mal platt. So. Du warst doch eben hier. So. Hier ist nichts mehr. Jetzt gibt's noch vier Stück. In diesem Gang waren wir ja logischerweise auch noch nicht. Das sind schon mal drei. Wir müssen auch noch sterben. Und da ist der vierte. Dann haben wir alle. Stärke. Sehr schön. Jo. Okay, dann gehen wir jetzt runter. Äh, schätze nicht mehr. Nee, gibt's nicht. Ich habe auch keinen Bock mehr auf rote Juwälen. So, hier runter. Platsch. Cool. Ähm. Hier hinaus. Da. Die habe ich auch mitgenommen, ne? Ja. Jetzt war ich mir eben schon mal nicht mehr sicher, ob ich die mitgenommen habe. Ah, geil. So. Eine Steintafel noch. Dann sind wir schon bald am Ende. So, Steintafel. Wo ist sie? Da oben. Die fünfte von links. Könnte auch sagen, die zweite von rechts, aber nicht die fünfte von links ist ja viel sinnvoller. Nee, doch nicht hier. Jo. Hier musst du das machen. Ähm, nö, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen jetzt in den sechsten rein und gucken, was uns da erwartet. Okay, so gut aus. Bitte keine Schanzen, denn ich versuche nicht alles im Lohen ist dran. Aber ich möchte das gerne mit Shadow erledigen. Shadow-Zone. Cool. Noch was hier? Warte mal, was? Da kommen wir runter. Sehr gut. Also ein Shadow-Tempel. Freut mich. Freut mich. Wir haben also noch länger die Ehre, Shadow. Das ist gut. Das freut mich doch. Ja, okay, okay. Wir haben euch alle. Was ist das denn? Guckt euch mal an. Seht ihr das? Der hier ist anders. Da können wir reingehen. Ha! Fies! Das hat man gesehen. Da waren Stufen vorgegeben. Da können wir runter. Ist hier ein Unsichtbarer? Nee. Das war echt mies. Aber wir wollen alles entdecken. Wir wollen alles entdecken. Da ist noch so ein Sarg. Hier rechts. Da können wir auch reingehen. Ich gucke erstmal hier. Ist das jetzt einer Tagesordnung, dass man überall reingeht? Ja, da ist noch so einer. Ich nehme erstmal den mittleren. Gibt es hier Schätze? Keine Schätze. Aber viel Gegner gibt es hier. Ach, hier war ich schon. Und dann bin ich hier wieder hoch. Ähm, dann nehmen wir den linken. Es gibt nur noch vier Gegner. Dann kann der Dungeon noch nicht vorbei sein. Beziehungsweise der Bereich kann auch nicht zu Ende sein. Da links, rechts war was. Ja, aber ich habe gesehen. Noch einer? Nein, da links ist noch einer. Und der andere links. Es fehlt nur noch ein Gegner. Ach, hier sind wir zwölf. Und dem fehlt einer. Toll. Ich suche den nachher. Wahrscheinlich ein so ein unsichtbarer Tüdelbüdel, den ich nicht gesehen habe an der anderen Ecke. Oder wir kommen da gleich noch hin. Da können wir noch was rein gehen. Also runter. Und hier sind die Munien. Gegner gibt es hier, also genug. Da wollen wir keine Sorgen machen, dass die ausgehen. So, ja. Ja, bald. Noch eine Seele. Ja.